Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute gibt es wieder mal eine Solo-Episode. Zur Thematik Disziplin und wie kann ich Disziplin aufrechterhalten. Aktuell hat mich der liebe Colin, liebe Grüße an dieser Stelle, zu einer coolen Challenge inspiriert oder gebracht und zwar 100 Liegestütz im September täglich. Und ich ziehe das jetzt fast den 16., 17. Tag durch und wir haben da auch ein paar Leute mitgerissen. Und die haben da auch mitgemacht und haben auch mit uns gemeinsam gestartet, posten das auch immer fleißig auf Social Media, manche sind da ein bisschen zurückgezogen und machen das für sich alleine. Und jetzt habe ich ein paar Mal die Frage gestellt, wie schaffst du es eigentlich immer so Disziplin zu sein und wie schaffst du es immer so um fünf Uhr aufzustehen und wie schaffst du es da einfach dich auch zu solchen Challenges irgendwie zu motivieren. Und ich finde, es ist so schade, weil Disziplin sollte doch einfach etwas komplett Normales in unserem oder in deinem Leben sein. Nein, dass du diszipliniert Tag für Tag etwas verfolgst, Tag für Tag. Ob es in der Arbeit ist, dass du jeden Tag ein bisschen was für deinen Fortschritt machst und dass du den Sinn auch darin erkennst, dass du diszipliniert auch im Bereich Gesundheit, wo ich jetzt Ernährung und Sport drinnen sehe, diszipliniert an dir arbeitest und sagst, okay, hey, es ist wichtig für meinen Körper, dass ich mich gesund ernähre und dass ich Sport mache, was jetzt nicht heißt, dass man sich nicht hin und da ein paar Pitchi trinken kann oder ein bisschen was Ungesundes essen kann, aber einfach konstant an sich arbeitet. Und ich finde das so schade, warum das jetzt so etwas Herausragendes ist, wenn du einfach diszipliniert jeden Tag Input gibst und jeden Tag Vollgas gibst, weil bei mir persönlich stellt sich gar nicht die Frage. So unsere Zeit auf dieser Welt, das ist zumindest meine Perspektive, ist begrenzt und da verfolge ich diszipliniert einfach Ziele oder irgendwelche Goals, die ich mir jetzt gesetzt habe für mein Leben und da fährt die Bahn drüber. Bei mir fährt die Bahn drüber. Wenn ich sage, ich mache jeden Tag 30 Tage lang 100 Liegestütze, dann mache ich das. Wenn ich sage, ich rufe jeden Tag einen Kunden an, dann mache ich das. Wenn ich sage, okay, ich will irgendwie mit einem Mädel eine Beziehung haben, dann muss ich auch genauso jeden Tag einfach daran arbeiten. Und man muss halt immer das Größere dahinter sehen. Also ich mache es halt immer, dass ich etwas sehr Emotionales damit verbinde. Für mich persönlich ist jetzt, Geld ist wichtig, aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, okay, ich will mir jetzt einen fetten Lamborghini irgendwann kaufen oder, keine Ahnung, einen Privatjet, sondern ich habe einfach mein Ziel mit etwas Emotionalem bei mir verbunden. Und zwar ist es, ich weiß für mich, wenn ich es finanziell geschafft habe, ist der Punkt oder der Tag, an dem ich einfach der Rettung ein Auto spenden kann. Das ist ein, sage ich jetzt mal, sechsstelliger Betrag. Wenn mir der nicht wehtut und ich das einfach so spenden kann, dann weiß ich für mich persönlich, dass ich es geschafft habe, finanziell. Und somit habe ich ein emotionales Ziel und arbeite diszipliniert jeden Tag an diesem Ziel, so im finanziellen Bereich. In Thematik Gesundheit, Ernährung, Sport, weiß ich, okay, hey, ich will auch im hohen Alter, hoffentlich komme ich mal in die Position, dass ich Kinder haben wäre, dass ich auch im hohen Alter noch fit bin und der coole Opa sein kann. Und deswegen verfolge ich diszipliniert jeden Tag oder fünfmal die Woche, dass ich Sport mache und mache halt jetzt so eine coole Challenge mit dem Colin und mit den ganzen coolen Typen drumherum und Mädels, dass wir jeden Tag 30 Tage lang 100-Digestütz machen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um Disziplin aufzubringen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach für sich persönlich eine sehr emotionale Errungenschaft, ein emotionales Ziel zu setzen, was einen dann wirklich jeden Tag aufstehen lässt und jeden Tag, ja, einfach die Arbeit zu erbringen, die einfach gefordert ist, oder? Und dann stellt sich gar nicht die Frage und dann brauche ich auch keine Motivation-Videos und das Ganze drumherum. Ja, die schaue ich mir auch gerne an. Ich schaue mir auch gerne Motivations-Videos an, aber diese innerliche und dieses emotionale Ziel oder diese emotionalen Ziele, die ich für mich persönlich gesetzt habe, lassen mich einfach das täglich tun und diese Disziplin aufbringen Tag für Tag. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, was ich so weitergeben kann oder wie es für mich funktioniert, oder? Es funktioniert ja für jeden anders. Für jeden funktioniert ein anderer Weg. Für mich funktioniert dieser Weg. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so das für mich herausgefunden habe, aber da gibt es viele verschiedene andere Wege. Deswegen, Motivations-Videos sind cool, aber um innerliche Disziplin aufzubringen, funktioniert bei mir, sich sehr emotionale Ziele zu setzen. Probier das gerne mal für dich aus. Und ich bin mir sicher, auch das richtige Umfeld lässt einen auch eine sehr, sehr hohe Disziplin aufbringen, oder? Weil wenn jeder immer nur alles negativ spricht in deinem Umfeld, dann zieht dich das natürlich auch unter. Aber wenn jeder zu dir sagt, hey, komm, machen wir jetzt diese Challenge, genau so wie es jetzt bei mir war. Colin hat zu mir gesagt, hey, machen wir diese Challenge. Externe Motivation. Und ich habe mir gedacht, hey, das passt eigentlich sehr, sehr gut zu meinem emotionalen Ziel. Ich will mal im hohen Alter, will ich mal ein gesunder und fitter Opa sein. Passt, ziehen wir das durch, das bringt mich meinem Ziel näher. Und so muss das, glaube ich, für sich jeder selbst herausfinden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuhören, für das fleißige Zuhören. Und beim nächsten Mal gibt es wieder ein normales Interview. Zuhören, für die Zuhören, für die Zuhören, für die Zuhören. Zuhören, für die Zuhören, für die Zuhören, für die Zuhören.